Hallo liebe Fans, jetzt mache ich mal ein Zimmer von Freitime Video. Ok? Ich hoffe, mich verzeihlich immer sollte gucken, wo mich ein bisschen ungewohnt von Handy reinreden. Ja, ich mache Video von Handy. Euch kann das auch von YouTube-Star sein. Auch Jörg Schäfer Video machen will oder Niklas selbst Videos machen können. Yep, jetzt sage ich mal viel Spaß von diesem Video. Ach, das ist unsere Hosen. Jetzt T-Shirt. Okay. 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 Und unsere Hosen ist sauber. Braucht keine Angst. Das hier ist auch noch ein paar Mannssachen von Kreten und hierhin von Freitim. Zack. Aus dem Bayern München ist euch genau gesagt, ich bin nicht Fan. Nicht. Ich weiß, ganze Fans will das ja nicht hören. Aber so ist halt so. Ich bin halt ganz Lautern Fan. Von. Guck. Da spiele ich. Ich war schon da in den Gran. Und das ist Holly. und das war schon weit programme. Ich bin gerade gut. Ich glaube, das war ein Schlech. Mein Tablet ist Akkus leer, muss ich noch aufladen. Das dauert noch bisschen. Top. Mit der Guild. Das dauert. Ja. Ich weiß es, ich creme lange nicht mehr von Handy, von Mode zeigen, was ich habe. Ich weiß das. Aber das kommt heute welche hoch. Ich weiß. Die. Jetzt kiffe ich die Minute. Kuck mal. ... ... das war ein top ich hab angestoßen mein daumen so genau da das alles von geräten vielleicht mitnehmen nur vielleicht ich hab nur bisschen gehusten aber ist nichts schlimmes hat tubig wetter ich hab keine unterhosen aber von in kräten von anderen zimmer von kräten ich habe hier auch zwei videos gemacht aber eine ist so lang ach egal nicht auch und das habe ich auch meine fingerchen ich weiß mein fingerchen ist ein bisschen kräftig muss ich noch putzen das ist alles nur mein arbeit mit hosen mann diese putte ist jetzt leer stehe ich jetzt raus viel spaß von diesem video bitte daumen oben machen und ist sehr wichtig dankeschön ich weiß nicht ich weiß